18 Kilometer mit 20 Hindernissen Die große Challenge Rosarios Next Top Athlete Es ist hart, aber auch wenn nicht jedes Hindernis von jedem vollkommen gemeistert wird, laufen muss jeder. Das bleibt keinem erspart. Bis zum nächsten Mal. 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 Also du hast das vor, wünschst du mal jemanden diesen netten Bandwahl-Austausch? Der hat gerade so viele Leute auf die Zeit, das ist noch nicht hier. Zeit, das ist gut. Dann packst du die nächste Frau mit aus. Der Mann lässt doch nichts anbrennen hier. Einmal alle Lückenfülle, alle Wälle hinlegen. Die Pyramide weißens. Die Leute werden immer weniger, das macht jetzt gut. Die ganze Tribüne gibt jedem immer ein richtiges Tag. Der Herrschel! Kommt, komm, komm! Jawoll, jawoll, jawoll! Wenn ihr euch die Lücke entschließt, dann legt euch dazu! Legt euch an die Hände! Dann wird eine zweite Reihe! Die dritte Reihe, wenn sie funktioniert. Kannst du auch nicht mehr probieren. Was macht ihr so gut? Jetzt Marco! Guck mal ganz rechts, auch kann euch eure Hilfe. Die baut euch nicht mehr rein. Komm mal ganz rechts, auch hier. Los geht's! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So viele Trainingseinheiten, so viel Schweiß haben sie vergossen. Alles, um dieses eine Ziel erreicht zu haben. Sie sind Finisher bei der Tough Mudder Full Distance. Es ist geschafft! Jawoll! 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 Das ist gar nicht Sinn! Alle angekommen! Alle angekommen! Alle angekommen! Das ist gar nicht sinnvoll! Das ist gar nicht sinnvoll! Das ist gar nicht sinnvoll! Wenn ihr im nächsten Jahr dabei sein wollt, wenn Rosario wieder trainiert und Hobbysportler zu wahren Maschinen formt, dann meldet euch heute schon an! Wir sehen uns bei Rosario's Next Top Athlet 2019! Wenn du mehr über unseren Personal Trainer Rosario Battaglia erfahren willst, dann folge der eingeblendeten Website! Rosario's Next Top Athlet 2019! Rosario's Next Top Athlet 2019! Rosario's Next Top Athlet 2019! Vielen Dank.